Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Hätte fast Borderlands gesagt. Den beiden. H2. Und wir begrüßen jetzt erst mal TK Bar. Keiner. Hallö. Die Flinte. Dead Flinte. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest dein Gesichtsausdruck sehen sollen. Schon lustig. Ne, will ich nicht schnacken. Meistens jedenfalls. Ja, 9 Toasts. Ach, ihm fehlt ja ein Bein. Ja, und 9 Toasts? Haben wir 2 Crests? Ja, haben wir. Nein, wir haben 1 noch. Also 9 Toasts ist der Crest Strang. Ja, genau. Ich laufe euch einfach nur hinterher. Ich möchte hier rein. Oh, hi. Du bist ja ein Süßer. Halt zum. Oh, Shotgun Munition. Shotgun. Gestollene Vorräte. Ja, wir müssen jetzt Skax ficken. Okay. Um die gestollene Vorräte zurückzukriegen. Okay, dann ficken wir die. Dann fick sie doch. Fick sie doch. Boah, mir geht die Zielhilfe ja mal so auf die Eier. Ich hab die gar nicht an. Wie kriegt ihr die an? Wie kriege ich die aus? Ja, die ist automatisch an. Ja, ich hab keine. Ja, unter Optionen oder Spieleinstellung. Oh. Spieleinstellung. Hier ist eine Pistole. Zielhilfe aus. So. Hat mich die angekotzt. Zielhilfe ist an. Aber die geht dann. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Funktioniert. Ich glaub, dir fällt die noch nicht auf. Trainingsnachrichten machen wir auch mal aus, weil die mir die auf Eier gehen. Was für Nachrichten? Trainingsnachrichten. Was ist das? So, ja. Mit linker Maustaste zielst du, mit rechter Maustaste schießt du. Und andersrum. Na, ich hoffe jetzt mal nicht, dass die nochmal kommen, sonst mach ich die auch aus. Ja, weil die geben jetzt tierische Feier. Voll durch die Kakteen durchgesprungen. Kaktussen. Ja, hab fast Kaktussen gesagt. Scheißviech. Muss nachladen? Piss dich. Ich schieß aber ein bisschen mit der Sniper von hinten rein und hoffe, dass ich Schaden mache. Was nicht so auf dem Fall ist. Du chillst ja immer mit. Er springt einfach rüber. Ich will mich gestern direkt unsichtbar machen. Ushi! Things! What are you talking about? Things! Do them! I just got a Skag to the face. Freck. Ich hab'n Granaten-Mod gefunden. Freddy White hat'n Granaten-Mod. Granaten-Mod sind Mods für Granaten. Mensch! Mensch, ey! Für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben. Modifikationen. Für explosive Gegenstände, die man werfen kann. Namen Granaten. Dein Namens-Ding, Freddy, back unten bei mir grad voll überm Bildschirm. Bei mir nicht. Ja, bei mir auch. Weil wir neben anderen laufen. Gut gemacht auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Best game ever, 20 years of five. Also, Leute mit Epilepsie haben jetzt schon Epileptischen gekriegt, wenn sie sich drauf konzentriert haben. Nein, taus' Vorräte. Epileptischen? Epileptischen. Yeah, ein bisschen Schnete. Und, hast du Granaten? Oh. Schöne Brüste. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Ah, der Tipp sieht so ein bisschen matschig aus. Er hat mich gerade festgebacken gehabt. Geist wird ignoriert. Wir könnten ja auch schon auf 9000 Leute gehen. Ich hab einfach so die, die, die Feuerrate von zwei Schüsse in einer Stunde. Fuck, 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 fuck. Fuck. Läuft bei dir. 2 HP gehabt, ich bin tot. Ah, 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 ah. Correct. Ah, 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 steige fallen. Äh. Oh, ich lebe. Cashy, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ah, danke. Ich hilf dir schon. Ich dachte, du bist tot. Ich bin gelevelt. Ne, ich war noch am Leben, ich war hinten. Also, wenn ihr irgendwann eine Sniper findet. Ich brauch unbedingt eine neue, Moment, ich hab doch einen aufgesammelt. Feuerrate 0,4. Meine, meine, meine. Oh mein Gott, Alter, die sind ja noch schlechter. Euch zieht meh. 0,3 Schüsse die Stunde, ne? 0,3 Schuss die Stunde, geht das Ding hier eigentlich schon? Nein, schade. HALT! Äh, wo gab's nochmal diesen Ding, sag da. Geht mir so auf die Eier, dass ich mich wundere, dass die nicht schon platz sind. Also nur mal so, zum Verständnis, warum ich mir jetzt keine Granate kaufe, damit kann ich nichts anfangen. Ich spiel damit nicht. Ja, ich auch nicht. Deshalb kaufe ich mir auch keine. Position gefunden. Nice, Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Ich auch. HALT! Ist bei euch auch grad die Aufnahme einfach abgebrochen? Nein, ne? Der hat grad bei mir gesagt, werden die Granaten stärker und verfügen über unser... Weg! Dein Glück weg! Ich schieße nur aufs Keck! Meistens hier glücklich! Nein, Taos! Leg ihn um! Okay! Hast du... hast du... hä? Hä? 19! Machst du schon wieder da! Ja, ich hab mir keinen Granatenmann gekauft! Ich war ja komplett verwirrt! Barrikade zerstören, Kanonenversteck gefunden, nein, Taos getötet. Und jetzt... Haben wir noch ne andere Quest? Nein. Hm. Sicher nicht? Haha. Warte, warte, warte. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich spritze den noch los. Spritt deinen doch geschickst. Spritt deinen doch geschickst. Warte, hau! Hä? Ich lenke ihn ab indem ich über ihn springe, du schießt! Ja. Teamwork! Fotgang! Ich treffe mich nicht so gut. Ich auch nicht. Der hat doch... Ich hab den Sniper! Bin ich jetzt der Einzige, der noch keine neue Waffe hat? Immerhin One-Hint ich die Kleinen, wenn ich treffe. Immerhin. Immerhin ich nicht. Dead. Gut, was ist das da? Schnellstmöglich ne neue Sniper. Ich glaube, das ist die Barrikade, die wir zerstören sollen. Ah, scheiß Viecher. Ja, die Waffen, die wir haben, sind ein bisschen schlecht und meine andere Waffe hat keine Munition mehr. Ach doch, hat wieder. Okay, ich hatte gerade... Ist das eigentlich an mir oder der Erektriserver ein bisschen? Nein. Vielleicht wahrscheinlich ein bisschen, weil ich hauste. Ich hab nicht das Gefühl. Naja, stimmt. Ja. Na gut, okay. Ihr wohnt doch mal beieinander. Ihr habt euch mit Lan miteinander verbunden. Lan Lan. Ja, vom Kabel. Ja, so ein 1,3 Kilometer Kabel einfach. Ja. Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Danke. Mitten im Reden. Scheckerli. Wuhuhuhuhu. Und Port. Mach mal eine Munition. Ja, wir wollten ihm nicht zuhören, ne? Gut noch. Wir sind Pisser. Ich denke eigentlich, dass ich das nicht kaufe. Aber man kann nicht so Speichertacks kaufen, ne? Entschuldigung, hab kurz getrunken. Von hier holen. Ach so. Ach stimmt. In Borderlands Zeit muss man das hier mit Iridium machen. Ach nee, brauche ich nicht. Oh mein Gott, ich hab da gespoilt, dass es Iridium gibt. Oh Gott, nope, nope. Oh mein Gott. Oh mein Doge. Oh mein Doge. Oh mein Boat. Also. Äh, Tiger. Äh, nein. Wieso rennt der so? Also irgendwie fehlt mir Pause. Äh, kurze Aufnahmepause. Äh, okay. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Ähm, bei mir war nur kurz jemand da. Ja, wir haben ja dabei auf den Arsch geguckt. Ja. Das hätt ich auch gerne aufnehmen können. Ne, ja. Wo kam der jetzt in die Ecke? Okay. Alter. Geh mir nicht die Scheiße. Danke, Kirschi für Munition. Also meine Waffe ist übrigens ziemlich ungenau. Ich brauche aber irgendeine Waffe. Ich auch. Ich brauche auch was besseres als das, was ich habe. Der Unterschied zwischen uns dreien ist aber, ihr beide habt schon eine neue Waffe gefunden. Ja. Ich nicht. Kirschi, kannst du mir deine alte Schrotflinte geben? Was? Kannst du mir deine alte Schrotflinte geben? Ja. Kann ich machen. Äh, Moment. Wissen die. Lass die Bastardschot kommen. Ja, ja. Ich shoppe doch schon alleine. Ich treff die überhaupt nicht. Bitte. Au. Das war mein Gesicht, du Scheißviech. Ich habe doch gleich mal ein Speicherupdate für die, für die Sniper gekauft. Okay. Erstmal das Kanonengrab hier schnell öffnen. Okay. Doch, im Borderlands 2 hatte man eine Karte, stimmt. Das ist recht. Geht aber echt fest. Äh. Äh. Oh mein Gott. Kannst du mal bitte auch von Alts spülen? Ich finde das echt scheiße. Ich finde das echt nicht lustig. Weil das ist einfach. Keiner von uns. Das ist echt assi. Ich meine, in anderen Spielen ist das lustig wie ein Tidepresser. Hier ist einfach nur zum Kossen. Äh. Ich habe weniger Schaden, aber ich habe keine Schaden. Ich habe weniger Schaden, aber ich habe keine Schaden. Ich habe weniger Schaden, aber ich habe keine Schaden. Da ist ein Schaden für dich. Danke. Äh. Und nur 3 Knarren. Die Pistole benutzt du wahrscheinlich, ne? Ähm. Ja, ist halt Ladyfinger, ne? Äh. Passt zu dir. Wegen Lilith. Aber. Mir fehlt, mir fehlt wirklich so eine kleine Karte. Okay, das andere... Ladyfinger ist übrigens, so als Hintergrundinfo, eine Waffe designt von TK Baha. Äh. Wir haben doch von... TK Baha ist doch da. Äh. Ladyfist gekriegt. Weißt du noch? Balllands 2. Ja. Wo kommen jetzt die ganzen Viecher auf einmal her? Dadurch übersetzt sich, äh, Ladyfinger, Ladyfist. Ich komme gerade zu euch. Ladyfinger ist übrigens nicht unbedingt gut. Nimm mal das Medikett, Kishi. Hab's schon. Gut. So, dann messen wir jetzt hier in das Dungeon rein. Toll, dass ich mich hier festgebackt habe. Wollen wir erstmal noch ein bisschen umgucken, oder? Erstmal nicht, so. Es ist das Dungeon. Das Höhlengebiet. Das Dumbo. Ja, wenn man es so übersetzt, dann hast du ganz recht. Ah, Zwerge, Kishi, Hilfe! Was? Do things. Die Ficker sterben nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Zwei Health. Kämpf um mein Leben und hab gewonnen. Zwei HP. Danke. Zwei. 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 Oh, scheiße. Gib mir die Medikett. Du legst Medikett. Au. Ich hab jetzt... 40... 42 Leben. 46. So. Hier legst du ein Medikett. Ich hab so... Ich hab so Full Life und hier hab so nichts. Nimm, Kishi. Ich hab auch noch eins für euch. Oh, Medikett. Oh Mensch, erzähl bloß. Oh, ich wollte eigentlich nicht schießen. Die erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Nee. Nein! Nur im Gegenteil? Ja. Eigentlich zu viel. Wow, fuck. Aua. Ja, ich schieß auf jeden Fall... Mordecai lacht erstmal. Ich glaube, ich schieße erstmal lieber so. Also jetzt nochmal für alle. Ähm, Freddy ist Mordecai. Und Kishi ist Brick. Und ich bin Lilith. Falls das irgendwann noch nicht mehr gekriegt hab. Und ich sniper die ganze Zeit, während die beiden Schuss haben. Sie legt eine Granate rum. Dann nimm sie. Dann nimm ich sie bitte. Ich hab sie genommen. Nein, nicht mehr. Ich hab mir... Ich hab mir keine Granate, weil ich sie benutze. Oh, guck mal, eine Granate nehmen wir. Anstatt die Kishi zu gehen, der sich für seinen Nahkampf braucht. Oder Freddy. Sie einfach nur haben will, weil sie cool aussieht. Ja. Weil einfach keiner Granaten benutzt. Ich benutze öfter. Also ich hab... Oh. Würde wahrscheinlich am öftersten Granatfahrers benutzen. Äh, soll ich dir eine Granate zuwerfen? Ich hab nämlich ungewollt gerade eine aufgesammelt. Nein, Kishi. Du kannst die behalten. Ich brauch die nicht so dringend. Ähm... Ihr kennt das ja jetzt, ne? Au. Kurz nochmal alle Waffen reloaden. Leben checken. Nochmal schnell beten. Und, äh, Jodo. Ah, mein Leben ist nicht los. Alloch Rockbomb! Äh, Heil Dreieck. Du hast dir den falschen rausgesucht. Dammit. Dead nips. Safety first. Nein, Tails. Also hier, 3 Balls. Moment, 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 Moment. Erstmal looten. Habe ich ein bisschen abgelenkt, Freddy. Finger. Äh, hier ist Finger. 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 Hier ist eine Feuerwaffe. Schnell, damit ich... ...die töten kann. Kleiner Finger. Seine Hunde heißen Finger und kleiner Finger? Leckt Geld. Geld. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind in der Form. Direkt erstmal skillen. Ähm, das erste ist der Action Skill. Den muss jeder, also den, den muss jeder skillen. Und dann gibt es immer 3, ähm, äh, Skill Trees. Bei mir gibt es den Scharfschützen, den Schurken und den Revolverheld. Der Scharfschütze geht auf Scharfschutzgewehre. Der Schurke geht auf, äh, den, den Bloodwing, also meine Fähigkeit. Und der Revolverheld geht auf Revolver, wie man sich fast denken kann. Meinst du? Wäre ich nicht drauf gekommen. Ne, jetzt auch nicht. Ich denke, ich denke ich wird auf, äh, auf Sniper gehen, weil... Das macht dann meistens so irgendwie so eine Waffenkiste. Ich erklär's bei mir gleich auch nochmal. Bitte nicht alles rausrufen. Äh, wie kann man's kennen? Ja, okay, ich lass es. Welche Taste? Äh, ja, Tab. Ah, danke. Eine Shotgun für Kirschi und eine schlechte Knarre. Hä? Die Shotgun besser als seine Kirschi? Weil ich wohl, äh, wohl... Ne, ich hab den Finger... Ne, was hab ich genommen? Ähm, und bei den, äh, bei den Spezialwaffen, die wir verbossen tropfen, da ist immer auch so ein lustiger Text. Äh, Vorsicht, C-Verlustgefahr, wegen Nine Toast. Ja, bei Ladyfinger, die wir gefunden haben, ist auch einer dabei, die heißt... Omnia... Vincit... Amor. Keine Ahnung, so viele Latein spreche ich nicht. Amore. Also ich spreche schon ziemlich viel Latein, aber nicht so viel. Du sprichst Gärtnerisch. Ja, okay. Ja. Ähm, ich müsste jetzt auch nochmal kurz skillen, mit meinem Excellent Skill. Das ist Phasenwalk. Werde unsichtbar und bewegt dich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Yes! Das Eintritt und Verlassen des Phasenwalks verursacht eine Phasenexplosion, die Feinde in der Umgebung Schaden zufügt. Phasenwalk kann mit einem Nahkampf vorzeitig beendigt werden. Das heißt, ich bin unsichtbar. Beendigt? Beendigt. Ich dachte, beendet. Nein, ich glaub, das stand sogar beendigt. Cooles Deutsch. Echt Hammer. Hier, hier oben ist noch eine Waffenkiste, aber nicht so eine große, sondern nur so eine... Hier ist noch eine Sniper, die ich nicht brauche und eine Shotgun. Die nochmal besser ist als deine. Die hat mehr Schaden. Dann nehm ich die Sniper mit. Äh, das war falsch. So. Da Freddy ja schon die Feuerwaffe hat. Ich hab übrigens jetzt einen Sniper... Ich hab eine Sniper aus Größe, die jetzt weniger Schaden macht, aber dafür kann ich dann ein bisschen schneller schießen, weil... Wir haben bisher übrigens... Wir haben bisher übrigens erst zwei Waffenslots frei. Insgesamt kann man vier freischalten. Und da gibt's halt noch so ein paar Infos. Ja, dann haben wir's ja alles, dann können wir jetzt doch weiter... also wieder rausgehen, ne? Ja. Hier ist mehr Schaden. Ja, ja. Ja, können wir gehen. Ja, Ficker. Hey, ich hab dich mal was gedrückt. Der geht automatisch. Der möchte gehen. Kirschi, komm her. Ich komme. Ja. Ich seh, wie du kommst. Ich hab extra auf ihn gewartet, weißt du? Ja. Kann ich ja nicht mit rechnen, dass die Scheiße hier buckt. Wie lang haben wir noch? Ähm. Sieben Minuten, schätze ich mal. Warte. Halb. Äh, oh! Drei Minuten. Jetzt geht's. Okay, ich denke mal, dann kommen wir noch aus dem Gebiet raus und dann können wir weitermachen. Ach ja. Wie viel Geld habt ihr, Alu? Ich kann's auf meiner Tattoo schon sehen. Ich nicht. Ähm, 2536. Wo? Im Inventar. 2536. Aber du darfst dich nicht auf deinem Ziel abbringen lassen. Freddy? Äh, 1500, aber ich hab mir auch schon ein Speicherupdate für mein Sniper gekauft. Alter, ist die Waffe langsam. Wie man auch schön so extra langsam nachlädt, ist lustig. Alter, was ist los? Ich hör nur bei Kirschi auf dem Masketefon klingeln. Vielleicht dann auch da? Kann gar nicht sein. Ich glaub, Jenny bombt mich hier gerade zu. Jetzt sag ja, ein Schnurzer. Okay. Ich lass den Gegner mal. Moment, ich muss kurz die Tür aufmachen, weil Jenny von der Tür steht. Oh. Dann wirst du auch nach nem Pause machen, oder was? Ich hab mich grad mitten im Kampf. Ich auch. Moment, ich hab den Bloodwing. Bloodwing, things. Bloodwing ist so'n kleiner Vogel, der macht so'n bisschen Schaden. Ich bin weg. Siehst du mich eigentlich? Ja. Ziemlich gut sogar. Wat eine Scheiße. Wat ein Abgeben meinst du? Dass du den Scheiß Schlüssel mitnimmst. Grüß mal. Hä, wat? Grüß mal. Du hattst grüßen. Sie ist noch nicht oben. Sicher? Ja. Das war übrigens meine Special-Fähigkeit. Damit kann ich mich für ein paar Sekunden unsichtbar machen. Und... Ja. Okay. Ah ja, ich hab meine Special-Fähigkeit. Ja, seine Special-Fähigkeit ist einfach, Rambo-mäßig reinzuhauen. Ist einfach OP. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ganz einfach gesagt, bin ich dann OP. Okay. Ja. Was war's mit diesem Part? Ja. Bis zum nächsten Mal. Halt rein. Schau Leute. Tschüss. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.